Selbst in ländlichen Regionen unserer europäischen Nachbarn gibt es schnelle Mobilfunknetze. In Mecklenburg-Vorpommern ist es komplizierter. Bei Autofahrten sind Verbindungsschwierigkeiten sogar bei Telefongesprächen die Regel. Ein Funkloch ist aber kein Autobahnloch. Funklöcher lassen sich vergleichsweise schnell schließen. Wer in Deutschland einen Mobilfunkvertrag hat, kann sich im EU-Ausland das beste Netz aussuchen. Technisch spricht wenig dagegen, so etwas auch bei uns zu ermöglichen. Dafür brauchen wir aber eine gesetzliche Lösung. Wir wollen nationales Roaming in Deutschland verpflichtend regeln. Und das ohne Roaminggebühren. Sachsen-Anhalt hat dazu eine Initiative auf Bundesebene auf den Weg gebracht. Wir fordern die Landesregierung im Landtag auf, diesen Weg mitzugehen.